Und es geht einfach darum, dass du dir alle Möglichkeiten aufmachst. Wir haben auch wirklich alle Möglichkeiten aufgemacht. Wir sind so begeistert. Hey ihr Wundervollen! Hey ihr Lieben! Wir haben eine mega, mega geniale Neuigkeit für dich. Ja, ja. Es ist da. Das Zweiersystem Retreat. Ja. Ganz live und so zum Anfassen öffnen wir euch die Tore für, ich würde sagen, für 28 Tage im Feld der Wunder und für fast vier Tage mit uns gemeinsam. Ja, ganz live, unfassbar exklusiv für fünf Paare. Genau. Also für sozusagen deine Partnerschaft, die gerne weitergehen will, die in die Tiefe gehen will und wo du spürst, ja wow, ein Zweiersystem, ich will es mal ausprobieren. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich mich öffne für meinen Partner? Wir haben so viel Lust drauf und wir haben so unzählig viele Downloads für dich, sodass ihr sozusagen an vielen Stellen einfach drüber surfen könnt. Und wissen könnt, die Themen sind gelöst. Einmal gelöst ist gelöst, das ist bei uns ja ohnehin immer so. Und die Tiefe, die diese Weite schafft, die kannst du dir, in die kannst du reinspüren, wenn du jetzt einfach mal dein Herz aufmachst und dich fragst, wie würde sich das anfühlen, wenn ich mir erlauben würde, ganz zu sein, ganz auf dieser Erde als Mensch zu sein? Und wie würde sich das wohl anfühlen, wenn ich in meinem Ganzsein, in all dem Freiraum, den ich in mir habe, mit demjenigen schwinge, den ich liebe? Da entsteht so viel Weite und so viel Freiraum. So viele Menschen wollen sich selbst verwirklichen und machen das dann sozusagen auch in ihren Partnerschaften. Der eine verwirklicht sich dorthin und der andere verwirklicht sich dorthin. Und das Wunderschöne am Zweiersystem ist, du bist ganz. Das heißt, du hast dich sozusagen, sage ich jetzt mal, schon verwirklicht, weil du fühlst dich ganz. Es ist nichts mehr, was an dir fehlt oder was du noch brauchst. Und aus der Fülle, aus dem Ganzsein, begegnest du dich mit deinem Partner. Siehst du ihn, ihr berührt euch, ihr erkennt neue Sachen ineinander und aneinander. Und das ist einfach wirklich, es ist so eine Knalle. Es ist auch eine Weite, die ist nicht in Worte zu fassen, die ist weiter als die Weite deines eigenen Selbst. Das ist ein bisschen verrückt, weil wir da gar keine Vorstellung haben. Und ich möchte mal sagen, da kannst du einfach auch nochmal reinschauen, denn wir beide kommen aus dem Einzelkämpfer- und Einzelgängertum. Ich bin viele Jahre eine überzeugte Einzelgängerin und Einzelkämpferin gewesen. Und eine glückliche, glückselig, also in mir war nichts, was gesucht oder gesehnt hätte. Und dass da nochmal eins draufzusetzen ist, auch und insbesondere an Weite und an Freiraum in dir, hätte ich niemals für möglich gehalten, ist so. Und all unser Wissen, all unsere Weisheit, all unsere Hellsichtigkeit und all unser Wissen auch über deinen Körper, alles, was wir in dir sehen, in euch sehen, das legen wir euch sozusagen zu Füßen. Dir eröffnet sich wirklich so ein Schatz, das ist unfassbar. Weil in all dem, was wir sehen und all den Lösungen und Weite, die wir auch mit der geistigen Welt und all den Tools und alles, was da ist, haben, kommt noch dazu, dass wir das Zweiersystem jeden Tag lehnen. Wirklich, das ist unser täglich Brot. Und wir haben schon so viele Schritte gegangen, dass es jetzt schon eine Weite hat, dass es einfach auch schon von selber schwingt. Und das öffnet dir einen Raum, der ist unfassbar. Und das Wundervolle ist, auch mittlerweile gibt es Zweiersysteme in unserer Meister-Community. Und auch da kommt natürlich viel neues Wissen, viel neue Informationen, viel neue Lösungen, Downloads, Tools, Methoden, alles, was du dir gar nicht vorstellen kannst ins Feld. Es ist füllevoll, dieses Retreat, wie all unsere Retreats. Und vielleicht noch mal eins drauf, es gibt einen Liebeswandler, einen Gesundheitswandler. Ja, und es hat die Liebesküche. Die Liebesküche gibt es auch. Da fährst du mehr auf der Seite. Das heißt sozusagen, ein Highlight von genau dem Retreat ist die Liebesküche. Ja, lasst dich einfach drauf ein. Schaut mal, ob ihr euer Lieben auf die nächste Stufe bringen wollt, ob ihr euch noch tiefer berühren wollt, ob ihr vielleicht gerade wo seid, wo ihr sagt, ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt noch morgen gemeinsam sind. Und wirklich, das ist wirklich der allerschönste Punkt. Weil wenn gerade der Punkt ist, wo ihr sagt, also mir reicht es und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll, dann seid ihr sozusagen fast schon mit dem Schlüssel im Schloss und könnt umtreten. Genau. Eure Türen aufschließen und dann werdet ihr merken, wow, also dass dahinter so ein Schatz war, dass ich dahinter so eine Berührung spüren kann und darf und das einfach lebe. Ja. Ja. Es geht wirklich tiefer denn je. Und wenn ihr euch das gönnen wollt und einfach mal auch reinfühlen wollt, wie ist denn sowas? Wie würde sich sowas für uns anfühlen? Und dann könnt ihr ja immer noch möglicherweise anders entscheiden. Ja. Und es geht einfach darum, dass du dir alle Möglichkeiten aufmachst. Ja. Wir haben auch wirklich alle Möglichkeiten aufgemacht. Wir sind so begeistert. Also es ist gerade hier wirklich kalt. Wenn wir uns beim Retreat sehen, ist es bestimmt deutlich wärmer. Es ist im Juli, also Juli. Und wir sehen uns in Straubing, in der Nähe davon, an ganz viel Wasser. Wirklich, dort fließt die Donau lang. Es sind viele Weiher und jeder von uns hat ein eigenes Ferienhaus. Ja. Mit allem, was du brauchst und der Weite, dass ihr sozusagen euch wieder berühren könnt und euch wieder finden könnt, weil der Raum dafür da ist. Es ist so wunderschön. Also alleine schon, der Ort ist ganz, ganz wundervoll und wie geschaffen für das, was wir vorhaben. Und ja, also wenn du reinfühlst, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit und die ist, komm mit. Sicher dir einen von den fünf Plätzen. Es sind wie gesagt nur fünf Paarplätze. Und wir sind da und komm du doch auch. Ja. Gleichgültig, wo du stehst. Du bist so von Herzen willkommen. Und selbstverständlich, wenn du sagst, du bist kein Zweiersystem. Ja, dann komm in die Meisterschule. Komm in die Meisterschule und mach dich fit. Komm in ein Ganzsein. Lern dich ganz kennen. Mach dich so weit, dass du in dir schon ganz bist. Und dann schau, was passiert. Es gibt so viele, so, so viele Wege in deinem Leben. Und allein schon der erste Schritt ist wunderschön. Und der zweite danach ist auch wunderschön. Und dann gibt es auch Schritte, wo es sich echt scheiße anfühlt. Und tief in dir ist so eine weite Fülle und ein erfüllt sein, ein Ganzsein, dass du auch in den Momenten merkst, ja, also ich fühle mich gerade echt beschissen und es gibt nichts, was ich lieber machen würde, weil ich bin ganz. Ich fühle mich wieder. Ich bin hier auf der Erde. Ich bin Mensch. Und dann das Ganze auch noch mit meinem Partner zusammen. Wirklich, es geht nicht besser. Gönn dir, dass dich das Leben, dein Leben, dein Menschsein, dein Körpersein, alles, was du so im Leben hast, wieder berührt. Gönn dir das. Es ist so wunderschön. Es ist so voller Fülle. Fülle voll und wertvoll. Und es wird niemals langweilig, wirklich jeden Tag ist es aufs Neue so schön. Es ist einfach Fülle voll. Und du bist Fülle voll und du bist einzigartig und das darfst du wieder leben. Die Seite und dich anmelden kannst du unter dem Video, genau, ist der Link. Und natürlich, wenn du kein Video siehst, bist du auf dem Podcast. Ja, dann bist du auf dem Podcast, dann findest du es auch unter dem Podcast. Und ja, die Seite ist auch ganz wundervoll geworden. Finde ich auch. Die ist einfach so wunderschön. Und ja, komm an bei dir und komm mit uns. Wir freuen uns so, so sehr auf dich. Ja. Bis bald.